Drei große E-Mail-Anbieter in Deutschland, T-Online, GMX und Web.de, haben heute beschlossen, dass Mails zwischen den Anbietern ab sofort verschlüsselt übertragen werden. Und das ist eine direkte Folge aus der Spä-Affäre. Ähnlich konkret wurde es heute auch in den USA, nur umgekehrt. Dort hat ein verschlüsselter E-Mail-Dienst, den auch Whistleblower Snowden benutzt haben soll, heute sein Geschäft aufgegeben. Grund, der Druck der US-Regierung. Stefan Niemann berichtet. Wer nicht an die Sicherheit des Internets glaubt, verschlüsselt seine E-Mails. Vor allem Firmen und Regierungen schützen so ihre Geheimnisse. In jüngster Zeit auch immer mehr Privatnutzer. Nun wurde bekannt, dass auch Edward Snowden seine Online-Kommunikation verschlüsselt hat. Und zwar mit dem amerikanischen E-Mail-Dienst LavaBit. Dieser wurde von US-Ermittlern offenbar derart eingeschüchtert, dass er heute entnervt dichtmachte, aber dagegen klagen will. Auf der Webseite heißt es, wir sind gezwungen, entweder mitschuldig an Verbrechen gegen das amerikanische Volk zu werden oder aufzugeben und LavaBit zu schließen. Auch Silent Circle, eine Firma, die unter anderem Sicherheitssoftware anbietet, stellt heute ihre E-Mail-Verschlüsselung ein. Man habe handeln müssen, bevor die US-Regierung rechtliche Schritte einleite. Wurde Druck ausgeübt? Nein, keinerlei Druck, behauptet ein Manager. Auf der Webseite ist die Ohnmacht jedoch spürbarer. Die Idee sicherer E-Mails schien gut zu sein, aber die Zeit dafür ist wohl vorbei. Über den Fall Snowden und den Konflikt zwischen Regierungsüberwachung und Privatsphäre sprach vor wenigen Minuten US-Präsident Obama. Wir müssen die richtige Balance finden zwischen dem Schutz unserer Sicherheit und der Bewahrung unserer Freiheiten. Deshalb will ich unsere Überwachungsprogramme auf den Prüfstand stellen. Edward Snowden hat sich gegenüber dem Guardian kritisch zur Schließung der Verschlüsselungsdienste geäußert. Der US-Präsident habe vergessen, dass stets einfache Bürger die Leidtragenden schlechter politischer Entscheidungen seien. Stefan Jemann in Washington, das ist ja interessant. Obama will die Überwachungsprogramme seiner Regierung neu bewerten lassen. Was heißt das denn für die zukünftige Arbeit der US-Geheimdienste? Ja, noch spricht er, aber es deutet sich an, dass eben die Arbeit der Geheimdienste vielleicht nicht mehr ganz so geheim sein wird in der Zukunft, dass mehr öffentlich gemacht werden muss. Obama hat sich erstaunlich selbstkritisch geäußert in diesen Minuten und deutet an, dass er verstanden hat, dass die Kritik aus dem Ausland, aber auch die Kritik immer mehr Amerikaner berücksichtigt werden muss. Dass man das Volk mitnehmen muss, die eben nicht einsehen, dass der Schutz der Sicherheit Amerikas nicht auf Kosten der Freiheiten gehen könne, die viele Bürger genießen. Das wird zunehmend als nicht mehr in Balance empfunden. Und darauf hat er eben reagiert. Was dann bei einer konkreten Neubewertung rauskommt, bleibt abzuwarten. Er muss das ja mit dem Kongress tun und auch die alle mitnehmen. Nicht alle sind da seiner Meinung. Und der Kongress ist noch in den Sommerferien, wie auch der Präsident selbst, der ja morgen in die Ferien reist. Und Präsident Obama redet gerade noch auf der Pressekonferenz. Wir sind gespannt. Stefan Niemann, vielen Dank nach Washington.